Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Hier geht es um Photoshop, Lightroom und Fotografie und ich hoffe, dass ihr auch in diesem Tutorial etwas lernen könnt. Heute geht es darum, die neue HDR-Funktion, naja, ganz so neu ist sie ja schon nicht mehr, die neue HDR-Funktion in Lightroom, möchte ich euch mal zeigen, was damit möglich ist und wo eigentlich die Vorteile in dieser HDR-Funktion liegen. Ich habe hier einfach mal fünf Bilder, ja, von einem Motiv in verschiedenen Belichtungen aufgenommen und die möchte ich euch heute mal zeigen und mit denen möchte ich arbeiten. Wenn ihr diese RAW-Dateien kostenlos haben wollt, dann müsst ihr einfach nur auf folgenden Link gehen, den ich euch unten nochmal in die Videobeschreibung packe, foto-bootcamp.de slash newsletter, dann kommt ihr auf diese Seite hier, wo ihr euch mit eurer E-Mail eintragen könnt, dann seid ihr automatisch in meinem Newsletter-Verteiler mit drin. Ihr bekommt dann immer ein Newsletter, sobald es ein neues Tutorial auf meinem Kanal gibt und natürlich auch einen Link dann zu dem Download, wo ihr die RAW-Dateien kostenlos oder die RAW-Dateien kostenlos bekommen könnt. Das nur mal vorweg. Wenn ihr das nutzen wollt, dann tragt euch, wie gesagt, ein. Ansonsten starten wir jetzt mit dem Tutorial und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die neue HDR-Funktion. Wie gesagt, ich habe hier fünf Belichtungen von demselben Motiv. Wir sind jetzt hier gerade auf der Normalbelichtung, das heißt, so ist die Belichtung einigermaßen ausbalanciert, nicht ganz. Ich habe hier leicht unterbelichtet, aber das kann man noch korrigieren. Und dann gibt es hier eine Unterbelichtung mit einer Blendenstufe und eine Unterbelichtung mit zwei Blendenstufen und genauso eine Überbelichtung mit einer Blendenstufe und eine Überbelichtung mit zwei Blendenstufen. Und diese fünf Belichtungen möchte ich jetzt mal in dieser neuen HDR-Funktion in Lightroom zusammenführen und jetzt möchte ich euch dann einfach mal zeigen, wie man damit die Dynamic Range, wie man so schön auf Englisch sagt, oder ja, den Dynamikumfang auf Deutsch wesentlich erhöhen kann und wo dann auch doch der Vorteil liegt zu dem, wenn man nur mit einer RAW-Datei arbeitet. Ich markiere jetzt einfach mal alle fünf mit gedrückter Shift-Taste hier und mache dann einen Rechtsklick da drauf und sage dann Zusammenfügen von Fotos HDR. So, dann brauchen wir hier kurz, um eine HDR-Vorschau zu erstellen. Ich arbeite jetzt hier mit fünf RAW-Dateien mit 36 Megapixeln. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht einen ultramodernen Rechner habt, dann kann das auch mal ein, zwei Minuten dauern, bis so eine Vorschau erstellt wird. Ich hoffe allerdings, dass das jetzt hier etwas schneller geht. Ansonsten drücke ich jetzt hier mal ganz kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, Lightroom ist fertig mit der Vorschau und ja, wie ihr sehen könnt, seht ihr eigentlich keinen großen Unterschied. Also, ich sehe zumindest keinen großen Unterschied. Und Lightroom bietet uns jetzt hier auch gar nicht viele Optionen an, was man jetzt hier noch großartig verstellen könnte. Ich habe jetzt hier einfach mal automatisch ausrichten noch angeklickt, beziehungsweise das ist standardmäßig, glaube ich, angeklickt. Das ist einfach, wenn ihr die Bilder übereinanderlegt, dass dann halt auch das Bild optimal übereinander liegt, damit da keine komischen Effekte entstehen. Die Geistereffektbeseitigung, wie es hier so schön genannt wird, habe ich komplett rausgenommen. Das ist, wenn ihr zum Beispiel im Wind Bäume fotografiert oder so oder vorbeifahrende Autos, wenn da mehrere Bilder übereinander gelegt werden, dass da keine Geistereffekte entstehen. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Zusammenfügen und ihr seht jetzt hier oben auch schon, dass Lightroom nochmal arbeitet. Das HDR-Bild wird erstellt. Und jetzt kommt der eigentliche Vorteil von der ganzen Geschichte. Lightroom erstellt aus diesen fünf RAW-Dateien wieder eine RAW-Datei. Und das ist der große Vorteil zu der HDR-Entwicklung, zum Beispiel in Photoshop oder anderen Programmen, wo dann meistens eine TIFF-Datei erstellt wird. Wir haben eine vollwertige RAW-Datei mit dem Dynamikumfang von fünf verschiedenen Belichtungen. Und das ist natürlich ein erheblicher Vorteil, denn wir können so wirklich verlustfrei weiterarbeiten und in Lightroom alles Mögliche noch machen, was man sonst halt auch mit einer Belichtung machen soll. Ihr seht jetzt hier, dass diese Datei erstellt wurde. Die heißt jetzt so wie mein normales Foto halt und dann mit HDR.dng. Dng ist ein RAW-Format. Und dann erkennt ihr einfach, dass das die HDR-Datei ist. Ja, und jetzt klicke ich hier einfach mal drauf. Und wie gesagt, sie sieht nicht groß anders aus, als meine Standardbelichtung hier, die ich habe. Also wenn ihr das jetzt hier mal so vergleichen wollt, da ist eigentlich kein großer Unterschied zu erkennen. Aber der Unterschied wird gleich hoffentlich im Video sichtbar, denn ich möchte jetzt einfach mal zeigen, und ich übertreibe jetzt auch absichtlich in diesem Video, damit ihr das besser sehen könnt, ich werde jetzt einfach mal die Tiefen auf plus 100 setzen. Und ihr seht jetzt auf einmal, was hier aus diesen Tiefen, aus diesen Schatten, die gerade eben noch komplett schwarz waren, alles für Details rauskommt. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und genauso, wenn ich jetzt die Lichter auf minus 100 abdunkele, was wir für ein Detailreichtum in dem ganzen Bild erlangen können. Das ist wirklich phänomenal. Ich werde jetzt hier mal die Belichtung noch etwas nach oben setzen. Einfach, na, das ist ja schon viel zu doll. Aber so eine halbe Blende ungefähr, ja, das sieht ganz gut aus. Und natürlich werde ich jetzt auch mit gedrückter Alt-Taste meine Weiß-Werte wieder etwas nach oben setzen und die Schwarz-Werte dann auch etwas nach unten, einfach um wieder etwas mehr Kontrast im Bild zu haben, denn sonst sieht das ganze Bild sehr, sehr flau aus. Aber ihr seht jetzt schon, wenn ich jetzt noch ein bisschen Kontrast hinzugebe, so, jetzt haben wir ein wirklich schönes Bild wieder. Jetzt ist es auch sehr gesättigt, obwohl wir an der Sättigung noch nichts gedreht haben. Aber ihr seht jetzt einfach schon, wie das ganze Bild sehr, sehr viel Dynamik gewonnen hat. und, ja, sehr viel besser aussieht. Ich werde jetzt die Klarheit hier mal wieder etwas nach unten setzen, ein bisschen mehr Dynamik reingeben und die Sättigung etwas rausnehmen. Sonst ist es dann doch ein bisschen sehr viel. Und dann werde ich den Weiß-Abgleich noch einstellen. Ich denke, weil ich gehe hier immer aufgewölkt. Das gefällt mir so ganz gut für den Sonnenuntergang-Look. Ja, vielleicht ist es ein bisschen sehr doll, jetzt zumindest in dem Fall, ich denke mal, ich gehe mal so auf ungefähr 6000. Dann werde ich jetzt hier weiter runter gehen. Auf jeden Fall mein Bild wieder schärfen. Auf 80. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze wieder aus. Alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Gehe ich noch weiter nach unten. Werde die Profilkorrekturen aktivieren, chromatische Aberrationen entfernen. Und so gefällt mir das Bild schon mal sehr gut. So, und jetzt möchte ich euch mal den Unterschied zeigen zu einer einzelnen RAW-Datei, die wir entwickeln. Das Rauschverhalten ist natürlich jetzt schon bei der D800, mit der ich fotografiere, schon sehr, sehr gut. Und man wird gar nicht so viel erkennen. Allerdings, wenn ich jetzt mal diese Datei hier nehme und dann zusätzlich meine Standard-Belichtung hier als einzelne Datei auch noch angehle, dann klicke ich hier mal auf Synchronisieren. Das heißt, ich werde jetzt hier alles auswählen und das Ganze synchronisieren. Jetzt werden alle Arbeitsschritte, die ich gerade eben hier gemacht habe, in dieser HDR-Datei auch auf meine Standard-Belichtung einzelne RAW-Datei übernommen. Ich möchte euch jetzt einfach mal ganz kurz den Vergleich zeigen, wenn es darum geht, ja, wie das Rauschverhalten in den einzelnen Bildern ist. Dazu klicke ich jetzt einfach mal C, habe die beiden Bilder angewählt und ja, dann haben wir den direkten Vergleich hier. Ich werde jetzt hier einfach mal diese ganzen Paletten schließen, damit wir einfach mal mehr von den Bildern sehen. und dann werde ich jetzt hier einfach mal gerade in so dunkle Bereiche hineinzoomen und dann können wir uns das Ganze hier schon mal etwas genauer angucken. Er lädt hier noch etwas. Ja, wie gesagt, mein Rechner ist unten mir der ganz der neueste. Ja, und jetzt haben wir hier den Vergleich. Auf der rechten Seite seht ihr das HDR-Bild, auf der linken Seite, ja, die einzelne RAW-Datei. Und wenn ihr jetzt hier mal genauer hinguckt, ich weiß nicht, ob man es so gut im Video sehen kann, wenn man auf Full-HD guckt, vielleicht so ein bisschen, aber ihr müsst es einfach mal auch zu Hause selber ausprobieren. Wie gesagt, wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dann kriegt ihr ja die RAW-Dateien kostenlos zur Verfügung gestellt zum Üben. Dann seht ihr hier zum Beispiel in diesen Lichtstrahlen, seht ihr hier schon relativ viel Rauschen. Wenn ihr jetzt hier euch die HDR-Datei anguckt, da ist nichts zu sehen von Rauschen. Wenn ihr jetzt hier in diese Schattenbereiche geht, dann sieht man doch hier schon relativ viel Rauschen. Und im Vergleich hierzu, das ist wirklich ein absolut cleanes Bild. Da kann man nichts sagen. Also wenn es in diesen Bereich geht, dass man viel Dynamikumfang braucht, dann ist diese neue Funktion in Lightroom wirklich allererste Sahne. Ihr kriegt, wie gesagt, ein neues RAW-Bild daraus und kein TIFF und könnt dementsprechend wirklich viel mehr mit dem Dynamikumfang arbeiten, als es bisher der Fall war. Das wollte ich euch einfach mal in diesem Video zeigen. Diesen Vorteil, den ihr hier nutzen könnt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es muss in Zukunft halt nicht mehr dieser Weg über Photoshop gegangen werden, sondern man kann direkt in Lightroom, wie gesagt, diese HDR-Funktion nutzen. Und ich finde, das ist doch eine sehr schöne Verbesserung. Und wenn man diese Vorteile sich mal genauer vor Augen führt, dann ist es doch eine Funktion, die man öfter nutzen sollte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann postet sie gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn, genauso wie den Newsletter, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch mal in die alten Videos reinguckt. Die seht ihr auf der rechten Seite. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.